Ich bin in der Abteilung ERP Services, die Gruppenleiterin für alle Sales-Themen. Ich bin dafür verantwortlich mit meinem Team, dass die Auftragsabwicklung weltweit funktioniert in der Systemsoftware SAP. Im Team ist es mir besonders wichtig, dass wir respektvoll, würdevoll miteinander umgehen. Man muss sehr kommunikativ sein, das macht Phoenix Contact aus. Auch dieser globalisierte Ansatz, dieses Zusammenarbeiten, das finde ich toll. Und es macht mir auch Spaß, Menschen zu helfen, gerade von unseren Kunden, wenn die eine Anfrage haben, dass wir dann auch versuchen, eine tolle Lösung anzubieten, das Leben schöner zu gestalten für unsere Anwender. Man hinterlässt Fußstapfen in der Phoenix-Geschichte. Sicherlich fordert hier auch dieses Unternehmen sehr viel vom Mitarbeiter, aber es wird einem auch viel geboten und man bekommt viele Freiheiten. Es darf durchaus gelacht werden, weil wenn die Arbeit Spaß macht, ist das eine Positivspirale. Ich kann mir gut vorstellen, für dieses Unternehmen auch weiterhin länger zu arbeiten, weil es mir hier sehr gut gefällt. Ich glaube, wenn man hier einen guten Job macht, dann hat man alle Chancen der Welt, sich weiterzuentwickeln. Weiterzuentwickeln.